Der Endzustand auch unseres Planeten ist immer die Wüste. Ob das jetzt der Mars oder Planeten, die einmal grün waren, wie Millionen oder Milliarden Planeten, die es vielleicht noch gibt im Weltall, die sind alle eine Weile, paar Milliarden Jahre grün und haben Wasser und irgendwann ist das Wasser weg und dann wird es eine Wüste. Also es ist der Urzustand, aus dem wir kommen im Endeffekt, wie irgendein Meteorit, ein unbeliebter Meteorit oder Komet oder ein anderer Planet und der Urzustand, zu dem wir natürlich alle irgendwann zurückkehren. Und der hat natürlich eine Ewigkeit in sich, wenn man dort ist, die man halt in belebten Gebieten nicht so mitkriegt. Man lebt eben wie die Urmenschen oder wie die abgehärtesten Nomaden, mehr oder weniger bei allen besseren, guten Schlafsäcken und so weiter, die wir haben. Ich gehe sicher, dass es in prähistorischer Zeit noch wesentlich härter gewesen sein muss. Aber es sind eben so Erlebnisse, dass man halt irgendwie, es ist starker Wind. Und ich war im Wadi Hauer ehemals der größte Nebenfluss des Nils aus der Wüste, aus der Sahara, über den ich auch promoviert hatte. Und dann sucht man sich ein relativ windstilles Plätzchen im Windschatten eines Hügels und so weiter. Das ist ein ganz starker Sandsturm. Dann legt man sich hin und irgendwann in der Nacht wacht man auf und sucht seine Taschenlampe und fasst neben sich, was hat man, ein Faustkeil. Und dann guckt man auf der anderen Seite, in der totalen Dunkelheit, wo ist meine Taschenlampe? Oder man sucht irgendwas anderes, was hat man in der Hand, einen anderen Faustkeil. Das heißt, dass an dieser Stelle vor 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000 Jahren schon mal ein Mensch war, der sich auch in der Nacht, auch ohne Schlafsack, wie wir es haben, in Windschatten gelegt hat. Und da die Windrichtung ja gleich geblieben ist die letzten Millionen Jahre, also vor allem in Nordostafrika und so weiter, sieht man, dass sich also viel nicht verändert hat. Und dass so die Grundlebensbedürfnisse, also wenn man wirklich in entliegenden Orten, zum Beispiel in Nordschatt ist, haben sich nicht so grundlegend verändert. Und das ist also schon, was natürlich mit der Zeit in einen reingeht und das wird man dann nicht mehr los. Und dann wird man eben auch krippelig, wenn mal ein Jahr ist oder ein Winter nur, wo man nicht in die Wüste kommt. Also da fehlt was.